Willkommen Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Herr Röttgen, Sie werden gestern wahrscheinlich auch schockiert vom Fernseher gesessen haben. Das sind Bilder, die Geschichte machen werden, traurige Geschichte machen werden, die wir da aus Washington gesehen haben. Wie soll man denn jetzt umgehen mit einem Präsidenten, der noch im Amt ist für einige Tage und offenbar in der Lage, in diesen letzten Tagen das Land quasi in Brand zu stecken? Genauso, das ist die traurige, fürchterliche Beschreibung der Situation. Es ist der noch amtierende Präsident, der die Bürger anstachelt, ins Kapitol zu gehen, die Demokratie zu retten, weil sie gestohlen wird. Er hat das verursacht. Er ist der Brandstifter gegen die Institutionen der Demokratie in Amerika. Und das muss benannt werden, im In- und Ausland. Und ich war erneut enttäuscht, als ich eben hier in den Nachrichten gehört habe, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Namen des Verursachers und Verantwortlichen des amtierenden Präsidenten nicht genannt hat. Ich bin wirklich den Republikanern und der republikanischen Partei verbunden. Und ich fordere Sie von hier aus auf, jetzt wirklich diese Trennlinie zu ziehen. Und auch europäische Regierungen müssen den Urheber jetzt beim Namen nennen. Denn denjenigen, der das Feuer gelegt hat, das ist der gewählte Präsident Donald Trump und es muss benannt werden. Das ist eine Frage der Verantwortung. Das sind klare Worte. Jetzt ist gestern fast untergegangen, dass die Demokraten offensichtlich, noch nicht zu Ende ausgezählt, aber offensichtlich auch die Senatsmehrheit gewonnen haben durch zwei Senatorennachwahlen in Georgia. Joe Biden könnte, wenn er denn im Amt ist, jetzt quasi durchregieren mit beiden Häusern. Glauben Sie, dass das jetzt die richtige Strategie wäre, zu sagen, jetzt machen wir auch alles anders, was wir anders machen können? Oder soll man einer gespaltenen republikanischen Partei die Hand zur Versöhnung reichen? Ich bin ziemlich überzeugt, dass Joe Biden Letzteres tun wird. Ich bin ziemlich sicher, er möchte ein Präsident der Versöhnung werden. Ich fürchte fast, dass man mehr als eine Legislaturperiode, eine Amtsperiode dafür braucht. Aber er kommt aus der Mitte, er ist von seiner Persönlichkeit her ein Mensch der Versöhnung. Und er weiß auch, dass wenn die USA wieder den Frieden im Inneren finden wollen und wenn sie nach außen wieder handlungsfähig werden wollen, dann brauchen sie diese Versöhnung. Die Republikaner, wenn sie eine Mehrheit bekommen hätten im Senat, hätten auf Wahlkampf geschaltet. Muss ich leider sagen. Biden muss es jetzt anders machen. Er wird aber auch einige Diskussionen mit seiner Partei haben, die das anders wollen. Ein Appell zur Versöhnung vom Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses.